Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Battlefield 3 mit Crispy LP, das bin ich und ich stelle euch heute ein paar Videos vor. Nein, nicht meine eigenen Videos, sondern ein paar wirklich gute Videos von anderen YouTubern. Demnach werde ich heute auch kein Battlefield-Spiel spielen, sprich wenn ihr geile Action erwartet von Chris, dann sorry, heute mal nicht. Aber es lohnt sich trotzdem bei diesem Video dabei zu sein, denn ich werde euch heute ein paar Kanäle bzw. Videos vorstellen, die ihr unbedingt mal geschaut haben solltet, denn ihr werdet Dinge lernen, die ihr vielleicht so noch nicht wusstet. Klar, wenn ihr die absoluten Pro-Gamer seid, dann braucht ihr das jetzt natürlich nicht, aber wenn ihr die Anfänger seid oder vielleicht noch nicht so ganz die Ahnung vom Jet oder Heli fliegen habt oder auch Panzer fahren, dann schaut jetzt mal zu, denn ich habe mir ein paar Videos rausgesucht bzw. lange auf die Suche gemacht nach guten Videos und möchte euch die jetzt mal zeigen. Als allererstes ist mir ein Video von GameStar hilft aufgefallen. Klar, den Channel kennt jeder, der hat unglaublich viele Views und so weiter, ist ziemlich gut. Und das Video, das geht zum Chat-Pilot, also wie heißt es, GameStar hilft Battlefield 3-Chats, Tutorial-Guide-Tipps und Tricks, das ist einerseits sehr gut gemacht, das hat einen sympathischen Sprecher und wirklich gute Infos für den Anfänger. Das sieht man auch an den Views und an den positiven Bewertungen, ganz klar. Lohnt sich hier mal reinzuschauen, das Video hilft am Anfang auf jeden Fall. Aber nicht nur erfolgreiche und bekannte Leute auf YouTube haben gute Videos zum Thema Chats fliegen gemacht, sondern auch Leute, die noch nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Sheriff686. Der hat für mich das beste Video im Bereich Chats gebracht, denn er hat mir so in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, was man beachten sollte beim Chatfliegen. Und gerade für Anfänger, wenn man noch nie was von Speedmanagement gehört hat, dann sollte man sich seine Videos anschauen. Er hat, glaube ich, drei, genau, drei Chat-Guides gemacht, die einem unglaublich weiterhelfen. Und in der Beschreibung, ganz, ganz besonders gut, hat er seine Tastaturbelegung in zwei Bilder reingepackt, sprich, wenn ihr noch keine Ahnung habt und noch nie Chat geflogen seid, dann könnt ihr euch ruhig mal seine Tastaturbelegung anschauen, denn die ist ein bisschen anders, da kommt man nicht gleich von Anfang an drauf. Die rentiert sich aber auf jeden Fall. Ach, da fällt mir ein, ich habe natürlich hier nur PC-Sachen rausgesucht und auch nur für Tastatur und Maus. Es gibt ja so die Überlegung, dass zum Beispiel ein Gamepad oder ein Xbox-Controller, den man relativ leicht am PC anschließen kann, besser sein sollte oder zumindest gleichwertig sein sollte. Wenn man Sheriff hört, dann kann man mit der Tastatur ziemlich gutes Zeugs machen. Also braucht man nicht unbedingt extra Controller etc. So, das wirst du noch kurz angespielt haben. Dann habe ich noch ein weiteres Video gefunden von Lawless1337. Das lohnt sich auch auf jeden Fall mal anzuschauen, wenn man sowieso gerade dabei ist, sein Chat-Dasein etwas zu verbessern, dann sollte man sich ja sowieso keine Infos entgehen lassen und das hilft einem dabei dann auch. Tja, ich habe noch hier, genau, das ist noch der erste Part von Sheriff, den man sich natürlich anschauen sollte. Eile 3 lohnt sich. Gut, das war es zum Thema Chat. Es gibt ja aber noch mehr Flugzeuge bzw. Fluggeräte, mit denen man sich in Battlefield 3 fortbewegen kann. Und da wäre zum zweiten der Helikopter. Ich habe erstaunlich wenig Helikopter-Tutorials gefunden im deutschsprachigen YouTube-Raum. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das an meinen Google-Kenntnissen lag oder ob das tatsächlich so ist, dass wir relativ wenige Videos im deutschen Raum haben. Ich finde das extrem schade, denn das ist ja wirklich eine Quelle, die man anzapfen will, wenn man sich verbessern möchte in Battlefield. Denn von alleine kommt man auf viele Sachen einfach nicht. Deshalb helfen einem diese Videos und deshalb sollte es mehr davon geben, auch in einer Sprache, die man versteht. Es sollte unter euch ein paar Leute sein, die nicht so gut Englisch können. Tja, schaut euch auch dieses Helikopter-Video an. Solltet ihr euch da etwas verbessern wollen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Genauso wie das nächste Video, das von C-Commander81 stammt. Und der hat ebenfalls ein paar ganz, ganz interessante Tipps auf Lager, die ihr euch zu Gemüte führen solltet, wenn ihr nicht die ganze Zeit, so wie ich, gleich kurz nach dem Start vom Himmel geholt werden wollt, mit, ja, keine Ahnung, einer Panzerfaust oder sowas. So, dann habe ich noch das dritte Video, das ich hier auch zeigen müsste, von der Spaddel. Der erklärt auch richtig schön, wie man zum Beispiel hier kreist um ein Objekt und dann abschießen sollte, beziehungsweise er macht das relativ schön vor. Lohnt sich einzuschauen. Tja, und dann habe ich ein einziges Video zum Thema Panzerfahren. Ein einziges Video zum Thema Panzerfahren gefunden, das man sich auch anschauen kann. Das ist schon sehr traurig. Deshalb, ja, empfehlt mir bitte Videos, wenn ihr wisst, wo man gute Panzertutorials findet. Auch gerne aus dem englischsprachigen Raum. Das auf jeden Fall kann ich mir nämlich auch anschauen. Also so gut verstehe ich dann auch Englisch. Wenn ihr ein bisschen besser Panzerfahren können wollt und die Basics lernen wollt, dann schaut euch dieses Video von Tailbacks an. Und zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, schickt mir eure Lieblingstutorials. Wenn ihr welche gemacht habt von mir aus, natürlich klar, am allerbesten und ich die einfach nicht gefunden habe. Oder wenn ihr ein cooles Video kennt, das euch die Augen geöffnet hat, wie ihr jetzt alle Gegner im Chatkampf besiegt, dann schickt mir dieses Video. Ansonsten für alle Neulingen ist natürlich zu sagen, Übung macht den Meister. Und das habe ich gemerkt, ist ganz besonders beim Chat-Gameplay der Fall. Man muss es einfach stundenlang trainieren und dann klappt das auch irgendwann. So, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr gute Tipps habt. Auch aus dem Ami-Markt, auch aus allen anderen Ländern etc. Würde mich freuen, wenn da noch mehr zusammenkommt. Und dann mache ich da auch wieder ein Update-Video mit den ultimativsten, besten Tutorials und Guides, die ich auftreiben konnte. Bis dahin und immer schön locker spielen. Euer Chris. Bis dahin. Ciao. Ciao.